Ich sage mal, als weißer deutscher Mann, wie ich es bin, trifft bestimmt auch auf viele Menschen mit Migrationshintergrund zu, aber da habe ich das etwas seltener, etwas weniger häufig beobachtet, dass man, ja, also erstens, man hat die Fresse zu halten und Steuern zu zahlen. Vermehr ist man nicht mehr gut und Frauen haben, und ich spreche jetzt besonders so über den Zeitraum zwischen 20 und 30, und Frauen haben exorbitant hohe Vorstellungen, was ihr potenzieller Partner oder auch Sexpartner mitbringen soll, damit sie ihn überhaupt nur mit dem Arsch anschauen. Vor allem zwischen 20 und 30. Und das ist ganz klar, warum in diesem Alter. Wenn wir uns überlegen, wann ist der Peak der Frau? Wann haben Frauen die größte Macht in ihrem Leben? Das ist in ihren Anfang bis mit sogar teilweise Endzwanzigern. Und da können sie sich quasi alles erlauben, was sie wollen, um es mal so ganz harsch zu sagen. Das ist ja auch der Grund, warum diese ganzen TikTok, Instagram, Influencer-Frauen, die so Anfang, Mitte 20 sind, und wenn dann irgendwelche Typen denen schreiben, ja, du wirst das nicht, du wirst jenes nicht, die lachen, die lachen. Weil sie im Meer schwimmen von Aufmerksamkeit. Im Meer schwimmen von Aufmerksamkeit und Angeboten von auch attraktiven Typen. Und dann kommt ihr oder dann kommt irgendjemand um die Ecke und will denen irgendwas erzählen von, irgendwann ist das vorbei, irgendwann kommt die Wand, irgendwann, wenn du sesshaft werden willst, wird dir dein ganzes OF, was weiß ich, Influencer halbnackt dich zeigen, leben, irgendwelche Partys auf Mallorca, Bodycount von 500, wird dir um die Ohren fliegen. Und du wirst die letzten 60 oder was weiß ich, 50 Jahre deines Lebens einsam und verbittert sein, dann sagen die, ha, 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 ihr. Deswegen lachen die darüber, weil sie mitten in der Zeit sind, wo sie die größte Macht haben. Das ist genauso, wenn ihr so einen Multimilliardär habt, der im Geld schwimmt, so Dagobert Duck mäßig. Und die Leute schreiben dann so, ja, irgendwann wird dein Geld auch weg sein und dann sitzt du in deinem Tresor, schwimmst, in diesem Geld drin und sagst, ha, 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 ihr Lutscher, was labert ihr? Haltet eure Fresse, ich hab so viel Geld, das wird niemals ausgehen. Und natürlich auch, weil sie sich nicht vorstellen können, dass irgendwann halt es schwieriger werden wird. So, und deswegen, dadurch, dass sie diese Macht haben, können sie sich hinhocken und sagen, vor allem, wenn sie halt, ne, so Mitte, Ende 20 sind, spätestens, da fangen sie ja so ein bisschen an, ein bisschen mehr, so was Beziehungen angeht, können sie sagen, damit ich dich überhaupt angucke, musst du schon richtig viel mitbringen. Mir ist das besonders in München aufgefallen. Und da ist man als Mann natürlich schnell geneigt zu sagen, und ich hab das teilweise auch so gemacht, zu sagen, das ist mir alles zu blöd. Das ist unter meiner Würde, das ist unter meinem Niveau. Das ist, ähm, es gibt genug sexuelle Inhalte im Internet, ähm, die mich sexuell befriedigen. Und ansonsten kann ich mir auch ein schönes Leben machen, ohne ständig Frauen hinterher zu rennen, die mich weder wahrnehmen, noch zu schätzen wissen. Äh, was sind die Gründe, warum man von Frauen nicht wahrgenommen und nicht, äh, geschätzt wird? Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich neige sehr zum Dünnsein, keine Ahnung, wie ich auf andere wirke, ne, ich hab meinen Frieden mit meinem Körper mittlerweile gemacht, aber ich hab halt nun mal, äh, eher dünne Ärmchen, ist halt so. Und, ähm, auch ich... Die Frage ist halt immer, was tust du, damit du halt Frauen in deinem Leben ziehen, aber auch kennenlernen kannst? Ne, also, es gibt eine Sache, die viele immer so ein bisschen missverstehen. Ähm, vor allem, wenn wir über das Thema, äh, Arbeite an dir, ähm, Level up sozusagen, äh, damit du dann mehr Frauen oder generell Frauen in dein Leben ziehen kannst. Das ist nicht zu vergleichen wie mit Frauen, die rausgehen und auf einmal kommen die Männer wie so Ratten aus ihren Löchern. und sliden in ihre DMs oder sprechen sie auf der Straße an. So, so, so ziehst du keine Frauen als Mann an. Das, also, es gibt Männer, die das vielleicht tun können, aber das sind die Typen, die müssen nicht an sich arbeiten, die werden schon so geboren, sehen super, super attraktiv aus. Und das führt dazu, dass natürlich dann Frauen, ne, ankommen, auf sie zu gehen. Aber als Mann wirst du niemals ein, ein Level oder ein Status erreichen, wo, äh, Frauen von sich aus zu dir kommen werden. Das heißt, zu diesem Arbeiten oder zu diesen Frauen in dein Leben ziehen gehört auch rausgehen und, ähm, entsprechend Frauen mit dir quasi konfrontieren, ne, also ansprechen, kennenlernen. Und dieses Anziehen heißt lediglich, dass, dass du dann auf ihrem Radar aufploppst, also du machst dich sichtbar in dem Sinn, du sagst, hallo hier, ich bin, ne, wer auch immer. Und, ähm, die dann sagen, ah, okay, interessant. Ne, interessant vom Aussehen und dann aber, ganz wichtig, interessant vom Charakter her, vom Game her. Als ich dann, äh, irgendwann mal so erst durch... Und, da er gerade das Thema Ehe angesprochen hat, wir neigen immer dazu, wenn es nicht funktioniert, um dann, um dann Sachen festzuhalten oder auf Sachen zu zeigen, dass wir sagen, hey, das funktioniert nicht deswegen. Weil ich zu dünn bin, weil ich zu wenig Muskeln habe, weil ich zu klein bin oder weil ich nicht 1,90 bin oder weil ich eine schiefe Nase habe oder weil ich, ähm, was auch immer. Aber das ist nicht der Grund. Solange, solange ihr nicht wirklich so, ich sag's mal ganz direkt, solange ihr nicht irgendwie so missgeburtenmäßig, äh, von der Natur gesegnet worden seid, so, ähm, hier quasi Modo und, und, ne, so, wo man sagt, so, Bro, also, da hilft nur ne Ganzkörperschönheits-OP, werdet ihr immer Möglichkeiten haben. Ja, natürlich, manche mehr als andere, selbstverständlich. Und manche werden mehr dafür kämpfen müssen. Aber ihr müsst halt was dafür tun. Und dann ist natürlich die Frage, ob ihr dafür bereit seid oder ob ihr sagt, nee, ähm, ich will nicht mehr krass den Arsch aufreißen, um überhaupt mal ein Date zu bekommen, weil, warum auch immer, also sag ich mir lieber, naja, gut, okay, ja, ich bin zu dünn oder ich bin zu klein oder was weiß ich, ähm, keine Ahnung, was da für Ausreden gefunden werden. Und dann zieh ich mich halt raus, bevor ich jetzt hier stundenlang mit Abweisungen zu kämpfen habe und jedes Wochenende Party machen gehen und immer alleine nach Hause gehen und so weiter und so fort.